Ich habe gehört, dass McDonalds in den USA eine ganz andere Speisekarte hat, als der in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Da ich gerade in Los Angeles bin, trifft sich das perfekt, also habe ich mich angezogen und bin losgegangen zum naheliegendsten McDonalds. Von draußen muss ich sagen, hat so gut wie gleich ausgesehen. Also bin ich rein und habe mir die Speisekarte angeschaut. Und das war einfach nur krass. Sie haben keine Salate, keine Rips und eine extrem kleine Auswahl an Süßspeisen. Aber dafür haben sie Refill. Bestellt habe ich mir dann einen Cheeseburger, Big Mac, Pommes und ein rotes Fanta Slushie. Der Cheeseburger hat zwar alles andere als gut ausgesehen, hat aber dafür ganz gut geschmeckt. Der Big Mac hat irgendwie normal, aber auch irgendwie säuerlich geschmeckt und die Pommes waren einfach mal kalt. Und zu guter Letzt, das Fanta Slushie. Muss ehrlich sagen, meiner Meinung nach viel zu süß. Fazit, McDonalds in den USA ist kacke.